Gott eine Millisekunde später geht's los. Da ist einer. Krallt in euch. Hallo, was macht ihr denn? Ja. Wer ist denn hinten drauf? Ah, der darfst du überfahren. Ich dachte, du überfährst den kurz mal. Ja gut. Ich kann ja nicht runterschießen. Achso, wusste ich nicht. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich steig aus. Was heißt gerade überfahren? Siehst du? Fahrzeug links. Straße, 280 Grad. Zwei Fahrzeuge. Ja, ich sehe. Ja. Halt, ich brauch einen Laser, um das jetzt abzuschießen. Oder ist das nur gegen Luft? Scheiße. Warte mal, ich hab glaub so eins. Oh scheiße, ich hab Granate geschwissen. Weg, 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 weg. Oh. Ohohohohoho. Hat jemand erwischt? Ne. Nein. B muss man drücken. Sorry. G für Googles gedrückt. Sorry. Links nochmal ein Hemd. Guck mal, ich markier den irgendwie. Sieht man das? Warte. Laser off. Mach mal, ja. Wie mach ich an? Warte mal. Ich hab on. Wenn? Heißt du den abschießen? Wenn der über den Hegel kommt? Jo. Kann ich den ab? Keine Ahnung, wo die Rakete hingegangen ist. Wie kann ich den denn? Ah, Alter. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Shit. Wie funktioniert das? Da liegt der. Am Boden, links. Tot. Links ist jetzt noch ein Hemd. Da kommt nochmal ein gepanzertes Fahrzeug. Bei 280 wieder. Mit dem Hemd. Alter, wie kann ich schießen? Du hast schon auch den. Hat jemand das gerade gerafft mit dem Laser? Einer ist rechts im Gebäude. And you will find it there in the U.S.C. Oh, Rakete. Get out. Irgendwas hat uns getroffen. Irgendeine Rakete, Uwe. Ja, ich hab's gemerkt. Und ich hab auch dieses Zwischen wieder gehört. Accept. Ja, accept. Jetzt bin ich drin. Ja, okay, warte mal. Siehst du mich jetzt? Ja, ich bin jetzt. Ich muss jetzt auch spawnen. Okay. Maki, wo bist du? Du Profkant. Jetzt, Jörg, ich seh dich. Hä? Du Profkant. Kann ich jetzt irgendwo bei dir spawnen? Muss ich gucken. Ich weiß es nicht. Im Team oder so, wenn du das... Ich kann beim spawnen an sich nichts rausnehmen. Holy Mother of God. Habt ihr das gerade gehört? Ja. Es war 10 Meter von mir entfernt. Einer wollte wohl die Tankstelle oder das Auto, mit dem ich da gefahren bin, zerstören. Wo ist die Tankstelle? Da, wo wir uns eigentlich treffen wollten. Oder wo ich gedacht hab, wir treffen uns. Und du nimmst mich mit hoch nach Tuprovka. Ach so, lol. Holy fucking shit. Ich kann, glaube ich, nur... ...Random-Halo-Kram machen. Soll ich da jetzt dann mal runterfahren? Würde ich nicht machen. Spontan. Ich mach halt jetzt einfach Rado. Ja, mach, Jörg. Dann musst du nicht zur Rechts abbiegen, bitte. 70. Oah. Oah. Easy. Oh, oh, oh. Aus, raus, 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 raus. Alter, was ist denn los hier? Was ist denn das vom Scheiß? Da kannst du gar nichts machen, Alter. Ja, wir sollten vielleicht wieder auf den anderen Server gehen. Da war's, glaube ich, nicht so extrem. Ich meine jetzt wissen wir, wie man Gruppen zusammen aufmacht. Voll traurig, Alter, was ist das, Alter? So ein scheiß Helikopter oder was? Das kann ich nicht mal an Bord machen. Ich gucke. Was ist los, Alter? Du kommst schon ins Eck und dann steht er halt so da, oder was? Kommt da schon lieber irgendwas. Okay. Ja, voll traurig, bestimmt so. Hä, kannst du das wieder abbauen? Ich hab einfach mal mit dem DuckTab gezogen. Echt, das ist ein Gebüschklauch, voll das DuckTab und rennst schnell weg. Was ist los? Untertitelung des ZDF für funk, 2017